Sondern ich versuche mich mal ein bisschen mit den juristischen Facetten der ganzen Problematik auseinanderzusetzen. Aber bevor ich das mache, würde ich gerne mal fragen, die Anwesenden, gibt es jemanden, der die Prolikon vielleicht für gefährlich hält? Oder etwa für eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung? Der mag sich gern melden. Also ich nehme ja immer gerne Anregungen entgegen und baue die dann auch gleich in meinen Vortrag. Eins, weil das gehört aus. Im Übrigen bin ich das eher interaktive Vortragen gewohnt. Man darf mich also unterbrechen und darf sofort Fragen stellen, bevor die nachher verloren gehen. Ich komme daher zunächst einmal mit einem relativ provozierenden Zitat. Und zwar zitiere ich aus einem Haftbefehl des Bezirksamtes Frankenthal vom 2.09.1935. Dieser Beschluss bzw. dieser Schutzhaftbefehl betrifft einen Herrn Langmantel. Kann sein, dass der eine oder andere diesen Herrn Langmantel kennt, weil das ein historisches Dokument ist. Es wird also mit diesem Schutzhaftbefehl schutzhaft angeordnet. Und dann heißt es da, die gegen die Verhängung der Schutzhaft steht dem Verhafteten kein Beschwerdrecht zu. Gründe. Johannes Langmantel ist ein Marxist und hat bis heute seine staatsfeindliche Gesinnung in keiner Weise geändert. Dies bringt er bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck. Er und seine Ehefrau kaufen bewusst nur in jüdischen Geschäften und stellen sich damit in den Gegensatz zum nationalsozialistischen Wollen. Langmantel gefährdet durch sein Verhalten die öffentliche Sicherheit und Verordnung unmittelbar und zwar daher und war daher in Schutzhaft zu nehmen. Dieser Schutzhaftbefehl datiert vom 2.09.1935. Das Entscheidende, warum ich das mal zitiere, ist zum einen enthält dieser, das ist also kein gerichtlicher Haftbefehl, sondern das war damals möglich. Es ist der Schutzhaftbefehl eines Bezirksamtes, was natürlich durch die Partei maßgeblich beeinflusst war. Außerdem enthält dieser Schutzhaftbefehl die Formulierung, dass gegen die Verhängung der Schutzhaft dem Verhafteten kein Beschwerderecht zusteht. Und außerdem ist hier ganz interessant, dass also wegen seiner Meinungsäußerung und seinem Verhalten, was ja eigentlich als absolut gewaltfrei auch dargestellt wird, er dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Jetzt zitiere ich mal aus einem Beschluss, den Frau LeCond betrifft. Das ist keiner aus dem Jahr vom 2.09.1935, sondern der ist relativ aktuell. Und zwar ist das ein Beschluss vom 22.03.2010. Und da führt das Oberlandesgericht aus. Am 15.07.2009 fand am Landgericht Gießen die Berufungsverhandlungen wegen Zerstörung eines Gengerstenfeldes im Jahr 2006 statt. Nach Verhandlungsschluss kletterte die zum Sympathisantenkreis des Angeklagten gehörende Betroffene an der Fassade des Landgerichts hoch und malte in etwa 4 Metern Höhe die Worte Gentech weg, Gentech weg, Edge an die Wand. Nach Aufforderung durch die Polizei kletterte die Betroffene um 18.42 Uhr wieder herab und wurde von dem diensthabenden Polizeibeamten zur Verhinderung weiterer politisch motivierter Aktionen festgenommen. Das ist kein Witz. Jeder kann das hier einsehen. Jeder kann das einsehen und das musste das Oberlandesgericht als dritte Instanz in den Beschluss reinschreiben, mit dem letztendlich die ganze Verhaftung, die an diesem Tat stattgefunden hatte, endgültig für rechtswidrig erklärt worden ist. Aber das Entscheidende ist die Vorgeschichte. Das wird in dem Beschluss relativ klar ausgeführt, aber die Besonderheiten, mit denen wir es hier zu tun haben, die lassen sich anhand dieses Falles ziemlich exemplarisch darstellen. In der Tat war es also so, es gab dort eine Verhandlung. Frau Lecomte nach der Verhandlung machte ein paar lockere Kletterübungen in der Höhe von etwa 2 bis 3 Metern und hat dort mit einer leicht zu entfernen Kreide eben diese netten Worte einschließlich H an das Landgerichtsgebäude gemalt. Jetzt geht das also so weiter, dass der zuständige Polizeibeamte bzw. ein oberer Polizeibeamter in Gießen, der sah das als eine politisch motivierte Aktion an und schlussfolgerte, das können wir nicht zulassen, wir müssen dann eben die Frau Lecomte verhaften. Was macht er? Er will das natürlich nicht alleine auf seine Kappe geben, sondern er spricht mit dem Präsidenten des Landgerichtes. Jedenfalls wird mir das später so erzählt von dem Beamten und sagt, der Präsident des Landgerichtes hätte das angeordnet. Sehr interessant, denn der Präsident des Landgerichtes ist in solchem Fall überhaupt nicht zuständig. Er hat zwar das Hausrecht in diesem Gebäude, aber der ist gar nicht zuständig. Ich habe dann mehrere Telefongespräche mit dem Beamten geführt und habe gesagt, wenn der Präsident des Landgerichtes das angeordnet hat, dann müsst ihr sie sofort wieder freilassen. Ja, warum denn? Einer Präsident des Landgerichtes ist nicht zuständig. Das heißt, ich erteile dem Herrn von der Polizei dann die rechtsrechtlichen Hinweise, dass es so nicht geht und dann überlegen sie, was sie jetzt machen sollen. Das ist alles Hintergrund dieses Falles. Dann überlegen sie, was sie machen sollen und kommen auf die Idee, es könnte doch richtig sein, was ich gesagt habe und telefonieren dann mit einer Richterin. Und was macht die? Die ordnet mündlich die Ingewahrsamnahme der Frau Lecomte an. Richterin beim Amtsgericht in Gießen. Sie ordnet die Ingewahrsamnahme an oder bestätigt die Ingewahrsamnahme mit der Folge, dass dann Frau Lecomte ihrer Freiheit bis zum nächsten Morgen entzogen war. Ja, wir können die ganze Geschichte, glaube ich, hier nicht alles darstellen, weil auch die Art und Weise, wie dann die Ingewahrsamnahme vollzogen war, worden ist, also ist eigentlich ein Kapitel für sich. Und diese Geschichte wird demnächst beim Verwaltungsgericht nochmal aufgerollt, wobei die Möglichkeit besteht, das alles nochmal per Video anzuschauen. Die sind in keiner Weise erschreckend, was die da gemacht haben. Aber jedenfalls geht dann diese Richterin hin und ordnet das tatsächlich an. Nicht schriftlich, eindeutig rechtswidrig und ohne die Betroffene anzuhören. Auch das wird im Gesetz vorgeschrieben. Jetzt bleibt sie also im Gewahrsam, am nächsten Tag wird sie wieder freigelassen und ich erfahre das natürlich alles und dann lege ich Beschwerde ein. Dann bekomme ich irgendeinen komischen Vermerk, da steht dann drin, Frau Lecomte sei bekanntermaßen gefährlich und das sei schon alles richtig gewesen. Immerhin hätte ja die Gefahr der Selbstgefährdung noch bestanden und außerdem hätte sie eine Straftat begangen. All das ist inzwischen auch korrigiert, denn in dem Beschluss vom 22.03. steht drin, alles Unsinn, richtiger Unsinn. Selbstgefährdung, sagt das Oberlandesgericht ganz klar, ihr habt doch alle die Frau Lecomte als Eichhörnchen gekannt und ihr wisst doch, dass sie eine erfahrene Kletterin ist. Also von einer Selbstgefährdung konnte ja nicht die Spur der Rede sein. Dann kam das Argument mit der Begehung von Straftaten, nur leider ist das Bemalen von Gerichtsbedeutenden mit Kreide, die man sofort wieder entfernen kann, nicht strafbar. Auch das hat ja zumindest das Landgericht erkannt. Jedenfalls hat das Oberlandesgericht dann gesagt, so sinngemäß, alle diese Voraussetzungen hätten samt und sonders nicht vorgelegt und es hätte überhaupt keine Anhaltspunkte dafür bestanden, sowas zu veranlassen. Das sind natürlich Dinge, die einen doch deutlich, ja? Also das sind ja so definitiv mal Verkürzungen von Grundrechten. Würde ich ganz deutlich so sehen, ja. Nämlich zum Beispiel das allgemeine Persönlichkeitsrecht, zum Beispiel Artikel 2, Freiheit der Person. Ja, und grundlegende Geschichten. Kommt das öfter vor, oder ist das tatsächlich ein anderer? Bedauerlicherweise ja. Ich werde jetzt auch noch weiteren Beschlüssen, die ich auch hier alleine, die ich hier vorliegen habe, zitieren. Wie gesagt, Frau LeConte hat ungefähr 20 und ich habe hier auch teilweise einen Leitsordner voll mit solchen Sachen. Aber nur auf dich jetzt bezogen, oder gibt es irgendwie auf andere Personen? Auch auf andere Personen. Also man macht ja Action, du hast irgendwie, du hast Presse und so, dass sie sich auf die stürzen und es vielleicht irgendwie dann schnell nahe liegt. Aber vielleicht kommt das auch mal so vor? Bitte? Naja, kommt das auch in Situationen vor, wo vielleicht da keine Presse oder wo keine politische Situation hinter steht? Also es gibt auch in Gewahrsamnahmen ohne politischen Hintergrund. Ja, aber das sind oft Extremfälle. Also beispielsweise ein psychisch kranker Selbstmordkandidat, ja, Verfolgungswahn, all diese Dinge können schon dazu führen, dass es zu in Gewahrsamnahmen kommt. Also da ist tatsächlich von Gesetzes wegen das Problem, liegt eine Fremd- oder Selbstgefährdung vor. Es gibt sicherlich Fälle, wo man die Freiheit entziehen muss, um eigene oder andere zu schützen. Aber wie gesagt, auf dem Feld bewegen wir uns tatsächlich nicht. Aber auch in dem Bereich geschehen Dinge, die wirklich nicht erfreulich sind. Aber extrem sind sie im politischen Bereich. Ich habe mich ungünstig ausgedrückt, also mir ist das bewusst, also dass das Gewaltmonopol ja auch die Freiheit beschränken kann. Aber gibt es denn auch Fälle, wo das rechtswidrig abläuft und in einem kleinen Bereich? Also wo das mal ganz schnell geht, dass der Polizei oder die Polizeibeamten verordnet, diese Maßnahmen anordnen und dann durchsetzen? Kommt das oft vor? Nach meiner Meinung nach zu oft. Und ich habe, wie gesagt, auch eine ganze Reihe von Entscheidungen, die ich einfach jetzt hier dabei habe, wo einfach am Ende die Rechtswidrigkeit solcher in Gewahrsamnahmen auch festgestellt wird. Teilweise mit recht deutlichen Worten. Und ich hätte da auch noch jetzt was zu zitieren, was ausgesprochen wichtig ist. Also da gibt es zum Beispiel einen Beschluss des Oberlandesgerichtes, der schon ein klein bisschen älter ist, vom 18.06.2007. Nur um das einfach ein bisschen zu verdeutlichen. Dieser Beschluss, dieses Verfahren war ebenfalls ausgesprochen extrem. Der damalige Betroffene, die meisten von Ihnen kennen ihn vielleicht, spielte in irgendeiner Nacht vom Amtsgericht und vom Knast in Gießen-Betminden. Und wurde dabei die ganze Zeit observiert von der Polizei. Und dazu gibt es gar einen schriftlichen Vermerk, dass er observiert worden ist. Gleichwohl wurde ihm zulastgelegt, in der gleichen Zeit, wo er vor der JV 1 Gießen-Betminden gespielt hat, das Gebäude eines berühmten hessischen Politikers beschädigt zu haben. Und er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Ich hätte fast gesagt Schutzhaft. Er war dann auch mehrere Tage in Haft. Es hat sich, glaube ich, waren hier fünf, sechs Tage in diesem konkreten Fall. Unglaublich dreist. Und noch viel schlimmer ist, dass es also in den Unterlagen dort Dokumente gibt, die darauf hindeiten, dass der damalige Richter, der den Betroffenen angehört hat, genau von diesem Sachverhalt wusste, nämlich dass der Betroffene observiert worden ist. Denn er hat selbst handschriftlich auf den Vermerk der Polizei, wo drin steht, dass er observiert wurde, geschrieben, nicht sagen. Du hast jetzt ja immer gesagt, dass wir den Nachhinein als rechtswidrig erkennen. Das hilft den Leuten ja aber gar nicht eigentlich, ne? Nein, in der Tat nicht. Aber hier in dem Fall ist es mit Beschluss vom 18.06.2007 für rechtswidrig erklärt worden ist. Da steht dann eben drin, er hat ausgeführt, dass er am 13. und 14.05. umfassend polizeilich bewacht worden ist. Dann wird auch dieser Vermerk genannt, wo das auch drin steht und bestätigt worden ist. Und dann kommen ein paar Ausführungen, die ich gerne mal wieder zitieren möchte, um einfach zu verdeutlichen, wir hatten das gar nicht in den Raum geworfen. Von sich aus hat das Oberlandesgericht dann Folgendes ausgeführt. § 32 HSOG, das ist das hessische Gesetz über die Sicherheit und Ordnung, sieht in der hier nur in Betracht kommenden und vom Landgericht auch in angewandten Alternative, § 32 Absatz 1 Nummer 2 vor, dass die Polizeibehörden eine Person in Gewahrsam nehmen können, wenn dies unerlässlich ist, unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit mit erheblicher Bedeutung, Verhältnismäßigkeit für die Allgemeinheit zu verhindern. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Das Instrument des Gewahrsamens während der Nazizeit äußerst massiv missbraucht wurde, sollte es durch die Tatbestandsmerkmale unerlässlich und unmittelbar bevorstehend rechtlich unmöglich gemacht werden, dass die Vorschrift zu einer Ermächtigung zum sogenannten Vorgebeugegewahrsam früher Schutzhaft ausgeweitet wird. Das bedeutet, dass das Oberlandesgericht hier Parallelen zu der Situation zum Beispiel 1935 gezogen hat, diesen Schutzhaftbefehl, den ich hier zitiert habe, wo es auch um die öffentliche Sicherheit und Ordnung ging. Und hier wird das also angeschnitten, obwohl wir in dem Verfahren, das natürlich äußerst heftig geführt worden ist, das gar nicht so angesprochen hatten. Also wir haben versucht, historische Vergleiche eigentlich außen vor zu lassen, weil es uns hauptsächlich um den konkreten Fall ging. Aber die Brücke schlage ich noch. Ein wichtiger Punkt, den ich noch habe, da gibt es also noch einen weiteren Gesichtspunkt, der eine große Rolle spielt und auf den ich nochmal aufmerksam machen müsste. Es gab bezüglich des gleichen Betroffenen einen anderen Fall, in dem er auch in Haft genommen worden war, ohne dass eine richterliche Entscheidung überhaupt vorlag. Da hat das Oberlandesgericht in einem Beschluss vom 20.06.2007 kurzerhand ausgeführt, zutreffend ist auch die Ansicht des Landgerichtes, das hatte das Landgericht schon erkannt zum Glück, dass die Freiheitsentziehung ohne Zuführung des Betroffenen zu einer richterlichen Anhörung und Entscheidung rechtswidrig war. Erstaunliche Erkenntnis. Es ist sowas eigentlich was Selbstverständliches, steht nämlich im Gesetz. Man soll immer sofort und unverzüglich vorführen und stattdessen wird es nicht gemacht. Und jetzt komme ich eigentlich zu den Dingen, über die ich eigentlich gerne auch eine Diskussion entfachen möchte. Man ist ja jetzt geneigt, wenn man sowas hört, Parallelen zu ziehen. Also sind, muss man sich fragen, die Vergleiche zum Nationalsozialismus und der Schutzhaft, die es da gab, zu der heutigen Situation gerechtfertigt. Darüber kann man gut diskutieren. Es gibt eine Tendenz, die schon geeignet ist, einem Falten auf die Stirn zu werfen. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Denn immer wieder unternimmt die Polizei den Versuch, und das zeigen auch die Fälle von Frau LeCorn ganz deutlich, dass man versucht, die Gerichte auszuschalten. Jetzt in der Zwischenfrage, seit wann ist diese Tendenz so zu machen? Also, sagen wir mal so, ich denke, verschärft nehme ich das wahr, seit Rostock, Heiligendamm. Und dann G8-Gipfel, Straßburg, da ist es also noch extremer gewesen. Die württembergische Praxis, oder wie sich das immer nennen soll. Aber das ist jetzt wirklich ein weiteres, anderes Thema. Ich denke, dass ich einfach mal die Diskussion so ein bisschen in eine bestimmte Richtung lenke, um klarzumachen, dass wir natürlich schon deutliche Unterschiede haben, aber wir uns auf einem Weg befinden, der äußerst bedenklich ist. Also natürlich muss man schon darüber nachdenken, ob Vergleiche zum Nationalsozialismus angebracht sind, ob sie überhaupt zulässig sind. Es gibt in der Tat den Versuch, die Gerichte auszuschalten, und in der Tat gibt es auch die Versuche, die Anwälte aus dem Geschäft fernzuhalten. Gerade in diesem Fall Landgericht, da war es also so, im Grundsatz war ich eigentlich davon ausgegangen, als ich mit dem Fall an dem Abend beschäftigt war, dass Frau LeConte in der Lage ist, mit der Sache gut fertig zu werden erst mal. Und ich wusste auch, dass im Grundsatz ich an dem Abend keine gerichtliche Hilfe bekomme. Das war vollkommen klar. Also bleibe ich schon als Anwalt immer beschränkt auf die Ex-Post-Kontrolle. Also die nachträgliche Kontrolle. Und ich hatte natürlich einige Anstrengungen unternommen, mit der Polizei klarzukommen. Und immer wieder habe ich gesagt, ich möchte gerne jetzt mit meiner Mandantin sprechen. Umgekehrt war das genau das Gleiche. Frau LeConte saß in Gewahrsam und hat mehrfach darum gebeten, Kontakt mit ihrem Anwalt aufnehmen zu dürfen. Das wurde ihr verweigert. Das ist eine Tendenz, die deutlich Parallelen aufweist zu den Verhältnissen 1935. Erstens wurden die Gerichte ausgeschaltet. Das geschah aber per Gesetz. Hier ist im Gesetz vorgeschrieben, dass eigentlich immer unverzüglich, also entweder schon vor der Ingewahrsamnahme ein Richter zu hören ist oder einzuschalten ist, oder jedenfalls nachträglich unverzüglich eine Vorführung vom Richter stattzufinden hat. Aber gleichwohl gibt es Kräfte in der Polizei, die versuchen, das immer und immer wieder zu umgehen. Diese Geschichten haben sich meines Erachtens damals auch schon in Rostock ausgewirkt. Aber das würde jetzt einfach zu weit führen, wenn ich diesen Bogen spanne. Das Entscheidende ist, das Bundesverfassungsgericht sagt, unverzüglich vorführen bedeutet im Regelfall etwa zwei bis drei Stunden. Und davon rücken wir immer weiter ab. Derzeit ganz übler Vorreiter auf dieser Ebene, wo das alles relativiert ist, ist das Oberlandesgericht Rostock, die sich immer noch abarbeitet mit den ganzen Entscheidungen, Heiligen Banken und Rostock, die ganzen Ingewahrsamnahmen. Also die haben sie festgenommen und wir haben sie am Fließband wieder rausgeholt und hinterher ging es dann darum, waren die Ingewahrsamnahmen rechtswidrig oder nicht. Also zwei Parallelen, die man sehen kann, sind bedenklich. Einmal der Versuch, die Gerichte auszuschalten, zum anderen die Betroffenen daran zu hindern, mit ihrem Anwälten Kontakt aufzunehmen, überhaupt anwaltliche Hilfe zu bekommen. Das ist nämlich ein großes Problem. Und selbst wenn ein Anwalt am Telefon ist und der sagt, ihr habt einen Knall daran, Gerichtspräsident kann gar keine Ingewahrsamnahme anordnen, dann wird trotzdem noch irgendwie getrickst. Und dann kommt eine andere Richterin, die meint, sie könne Ingewahrsamnahme mündlich und ohne Anhörung einer Betroffenen anordnen. Das kann, also das ist eigentlich unvorstellbar. Ja? Also das wäre dann eine Strafbegehung im Amt, was dann irgendwie einen Verbrechensabstand hätte, also den Charakter eines Verbrechens und das wäre dann irgendwie ein Grund, dass Gott nicht wäre. Wer soll da ein Verbrechen begehen? Der Polizeibeamte, also der nicht rechtsmäßig handelt. Okay, darf ich mal so machen, das stellen wir mal zurück. Wir schlagen erstmal, wir folgen mal, versuchen mal den Gedanken zunächst zu folgen. Gibt es Parallelen zu den Zeiten 1935 nicht und welche nicht? Oder was verbietet es letztendlich zu sagen, das ist das Gleiche? Natürlich gibt es gravierende Unterschiede und auf die möchte ich jetzt kurz zu sprechen kommen, weil ich finde das sehr wichtig, weil ich möchte nicht die Zeiten, die jetzt herrschen, mit den Zeiten von früher vergleichen. Die Schutzhaft in der Nazi-Zeit, die wurde im Regelfall oder vor allem nachdem das sich institutionell nicht hatte, in Konzentrationslagern vollstreckt. Ein ganz heftiges Ding. Wir haben kein Konzentrationslager, sondern wir haben, das ist ein gravierender Unterschied, Einrichtungen bei den verschiedenen Polizeibehörden, die nicht angelegt sind für Langzeitklammer. Und überhaupt die Bedingungen zu erfüllen, die die Gerichte schon aufgestellt haben, damit ein Langzeitgewahrsam überhaupt vollzogen werden kann. Denn ein Gewahrsam dient ja nur dazu, jemanden anderen davon abzuhalten, irgendwas zu machen, was möglicherweise die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet. Das heißt, es ist kein Untersuchungsgefangener oder sowas. Und deswegen dürfen dem Betroffenen, der in Gewahrsam ist, auch nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die unbedingt notwendig sind, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Das heißt, man muss Radio haben, man darf Fernseher haben, man darf Bücher haben, man muss bequem liegen können, man muss sich zudecken können, man muss duschen können und so weiter und so fort. Und natürlich auch genug Luft und so weiter gehört dazu. Und diese Bedingungen sind in Hessen praktisch kaum gewährleistet. Es heißt allerdings, beim PP Frankfurt gäbe es so ein paar Räumlichkeiten, die einigermaßen angenehm sind, aber das ist meines Erachtens nicht gesichert. Es gibt einen weiteren Unterschied. Die Personen, die in Gewahrsam genommen sind, stehen nicht absolut rechtlos da. Die sind natürlich ohnmächtig in der Situation, in der sie sich befinden, aber die Verfahren, die ich gerade zitiere, die zeigen ja, dass wenn man den Rechtsweg verfolgt, man auch dann eben entsprechende Entscheidungen bekommt, die feststellen, dass diese Maßnahmen rechtswidrig waren. Im Grundsatz macht so eine Entscheidung zum einen Sinn, weil sie einen gewissen Wahncharakter haben gegenüber der Polizei. Wenn ihr das nochmal macht, dann kann es auch noch mehr Ärger geben. Und das Zweite ist, theoretisch sage ich mal, steht natürlich den Betroffenen aufgrund einer solchen Entscheidung ein Schadensersatzanspruch zu. Rechtspolitisch äußerst bedenklich ist in dem Zusammenhang, dass die Beträge, die dort zugesprochen worden sind, praktisch keinen Absteckungscharakter haben. Und die meisten, die von solchen Fällen betroffen sind, sehen deshalb davon ab, Schmerzensgeldansprüche geltend zu machen. Was soll das, noch zwei oder drei Jahre zu prozessieren für 100 Euro, wenn man zwei oder drei Tage in Gewahrsam war. Da wäre der Gesetzgeber eigentlich aufgefordert zu sagen, also bitteschön, wenn Freiheitsentziehungen erfolgen und die eindeutig rechtswidrig waren, dann muss da also ein Schmerzensgeld und ein Schadensersatz her, der auch tatsächlich Wirkung zeigt. Und nicht nur praktisch symbolischen Charakter hat. Es gibt... Ich darf an der Stelle ganz kurz einen Satz einhalten. Ja. Wir haben in der Humanistischen Union einen Arbeitskreis, in dem Trommier Döhmer mitarbeitet, wo wir einige Forderungen zusammengestellt haben. Wir können da vielleicht nachher in der Diskussion noch mal kurz darauf zurückkommen. Ja, gerne. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir als Bürgerrechtsorganisation auch klar über den Land denken, wie wir die Gerechtigkeit an dieser Stelle verstärken können und wie wir das Recht durchsetzen können. Ja, also ich hatte schon gesagt, eine nachträgliche gerichtliche Kontrolle findet statt. Das ist auch ein entscheidender Unterschied. In dem Bescheid, in dem Schutzhaftbefehl 1935, da hieß ja ganz klar, eine Beschwerde findet nicht statt. Ich möchte das gerade noch gratisieren. Das ist ja nicht so, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt hingehe und die beiden da jetzt in meinen Keller einsperre oder sowas und das so drei Tage lasse, dann begehe ich ja so einen Straftat für dich, die ich über die Abhängnis erwarte. Wenn ein Polizist das macht, ist das angeblich was völlig anderes, trotzdem er rechtstätig handelt. Also trotzdem, wenn ich nicht den Schutz des Gesetzes genieße, an der Stelle oder nicht genießen dürfte. Und das finde ich wirklich bedenklich an der Stelle. Zu dem Punkt würde ich auch noch kommen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Eine andere Frage noch, weil es gerade genannt wurde, dass überlegen, wie man da die Leute mehr schützen kann. Wie wäre denn das, wenn man zum Beispiel im Vorfeld weiß, man plant irgendwie so eine Kletteraktion oder sowas und ich habe mir schon vorher organisiert, dass ich irgendwo einen Vortrag halten muss und so weiter. und man hat Verträge fixiert. Wenn der nicht stattfindet, dann laufen da Kosten auf, die ein Fünffaches, Zehnfaches übersteigen dessen, was man normalerweise als Entschädigung bekommen würde. Weil die Polizei macht ja auch nichts anderes. Die organisiert sich irgendwie einen Richter noch, der dann irgendwas sagt. Man kann ja eine ähnliche Ebene beschreiten. Kann man? Ist es hilfreich? Ist es erfolgreich? Sie als Anwalt? Ist es denkbar und könnte auch Erfolgsaussichten haben, nur die meisten Betroffenen, die so aktiv sind, haben eigentlich grundsätzlich nicht eine so stark ausgeprägte materialistische Einstellung. Oft wird deshalb auch verzichtet darauf, also das Ganze monetär abzuwickeln. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich hatte ja schon jetzt das erläutert, das Problem, dass eine gerichtliche Kontrolle stattfindet, ist ein entscheidender Unterschied. Natürlich gibt es auch hier schon Tendenzen, die gerichtliche Kontrolle einzuschränken. Nach Rostock ist es in der Tat so gekommen, dass im Bereich der Freiheitsentziehungen und insbesondere der polizeilich Angeordneten in Gewahrsamnahmen nun eine große Verschlechterung in der Rechtsdurchsetzung eingetreten ist. Es gibt zwar immer noch in erster Instanz das Amtsgericht und in zweiter Instanz das Landgericht, aber die Zuständigkeiten der Oberlandesgerichte sind komplett gestrichen worden. Und jetzt entscheidet über sofortige Beschwerden gegen Beschlüsse des Landgerichtes nur noch der Bundesgerichtshof. Wer hat das beschlossen? Das hat der Bundesgesetzgeber organisiert. Bundestag, ja. Also die CDU, CSU? Ja klar, natürlich. Das war also noch klar, die große Koalition. Die CDU, CSU? Ja, also das ist vollkommen klar. Was ist im Detail? Im Detail sind damit große Probleme verbunden, denn BGH-Anwälte, die werden ja nicht für lau tätig. Ja, und das ist sozusagen die Crème de la Crème der deutschen Anwaltschaft. Und es ist schon schwierig, überhaupt engagierte Kollegen zu finden, die beim Bundesgerichtshof zugelassen sind, die dann bereit sind, solche Fälle zu übernehmen. Über einen Kontakt in Berlin haben wir einen Kontakt zu einem Kollegen, aber man muss den eben zusätzlich noch da sehen, dass diese Kollegen eben nicht ehrenamtlich tätig werden und das nur wahrscheinlich in den seltenen Fällen in den Prozesskosten so bewilligt wird. Also wir sehen dem Verfahren beim Bundesgerichtshof, was die Überprüfung landgerichtlicher Entscheidungen anbelangt, mit großer Sorge entgegen. Mir ist auch bisher noch keine Entscheidung des BGH bekannt geworden. Kommt hinzu, dass noch niemals in der deutschen Rechtsgeschichte ein Senat des Bundesgerichtshofs jemals sich mit Fragen, der in Gewahrsannahme überhaupt beschäftigt hat. Das heißt, die müssen überhaupt erst mal 30, 40 Jahre Rechtsgeschichte nacharbeiten, um zu überlegen, wie sie einen konkreten Fall entscheiden. Und leider muss befürchtet werden, dass dabei nichts Gutes rauskommt. Man ist, man rechnet damit, dass die die Möglichkeiten, sich gegen den Gewahrsamnahmen und die spätere Feststellung der Rechtswidrigkeit dann durchzusetzen, das noch weiter eingeschränkt wird. Und dann wird es dazu kommen, dass vielleicht in drei oder vier Jahren das Bundesverfassungsgericht sich mit der ganzen Frage erneut grundsätzlich befassen muss. An der Stelle klingt mir ehrlich gesagt schon wieder die Ohren. Da habe ich jetzt rausgehört. Das ist also offensichtlich bei eurem Job irgendwie völlig selbstverständlich, dass man da nicht die Zulassung hat, sich da an der entsprechenden Stelle zu beschweren. Das finde ich ein bisschen leicht. Nein, da haben wir nicht die Zulassung dazu. Ja, es wird dann mal erzählt, die Juristenausbildung, die wäre ja sowieso, dass die alle das Gleiche könnten oder dass die zumindest ähnlich qualifiziert wären am Ende, dass die alle voll Juristen wären am Ende, aber dann kommt es dann doch wieder mit irgendwelchen Papierfragen, mit Benehmigungen und Zulassungen und das geht dann nicht und die haben keine Zeit und so. Das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Also der Aufstieg innerhalb der Justiz ist maßgeblich geprägt von der politischen Leistungsfähigkeit. Leider kann ich das jetzt nicht näher leuten. Wir denken aber bei dem Wort Leistungsfähigkeit alle an einen bestimmten Politiker, den wir alle sehen. Mag sein, ja. Gut, ein weiterer Unterschied zu den Verhältnissen im Dritten Reich ist natürlich, dass hier in Gewahrsam keine Prügelstrafe vollzogen werden kann. Da mag man sagen, immerhin. Aber bedauerlicherweise haben wir im Vollzug des Gewahrsams, des polizeilichen Gewahrsam schwerwiegende Mängel, die oft einhergehen mit erniedrigender Behandlung. Ja, also dass sozusagen selbst wesentliche Sachen nicht mehr möglich sind. Wenn man also auf Toilette muss, ja, dann gerät das zu einer kleinen Betteltour. Ja, und ich finde, damit fängt es schon an und ich glaube, Cecile könnte noch viel mehr dazu erzählen. Aber das ist auch ein Problem. Aber es unterscheidet sich deutlich von den Verhältnissen im Dritten Reich. Das muss auch hervorgehoben werden. Es konnte sein, also in den Zeiten nach 1933, dass man also in der Schutzhaft so schwer geprügelt wurde, dass man einfach schlicht starb und keinen Haar danach gedreht hat. Und die Versuche, Personen zu belangen, die das gemacht haben, endeten damit, dass die Staatsanwälte oder auch Polizisten oder wer auch immer, dann selbst in Schutzhaft genommen wurde. Das ist also natürlich ein deutlicher Unterschied. Also ich muss jetzt, da ich hier vortrage heute, um das mal klar zu sagen, nicht damit rechnen, dass ich in Gewahrsam genommen werde und dafür am Ende Prügel bekomme. Man könnte sicherlich noch eine Vielzahl weiterer Unterschiede aufzeigen. Ich hätte eine kurze Frage, weil ich das Engagement, was hier vor rasch angelangt, erst seit Mitte der 90er Jahre kenne und damit verbunden, wenn man jetzt parallel zieht, möchte ich nur kurz nochmal zurückschauen, ob es Wissen darüber gibt, wie oft diese Wickel angewandt wurde in der zurückliegenden Zeit. Also ich meine, ich kenne Mutland, als da hat man im Grunde ein großes zivilgesellschaftliches Ei gelegt, sage ich mal, dass man da politisch nachher reingekommen ist und konnte das rechtfertigen. Und es gibt aber Zeiten zum Wackersdorf oder zum Stadtwarnwest, wo wir jetzt im Nachhinein auch wissen, dass da sehr viel passiert ist, was man überhaupt nicht im Nachhinein irgendwie rechtfertigen kann auf Seiten des Rechts. Aber wie oft ist das, kann man so hoch sagen, wie oft diese Wickel angewandt wurde? Ja, in Gewahrsamnahme. Jetzt beispielsweise im Land Hessen. Zum Beispiel, ja. Tut mir leid, da liegen mir keine statistischen Daten vor. Ich habe, mir sind auch keine Aufsätze oder sonst was über den Schreibtisch gekommen, wo das statistisch erfasst war. Da muss man davon ausgehen, jetzt im Moment, dass man da eine große Dunkelziffer hat. Im Bereich des Strafrechts wird fast alles genau erfasst, aber im Bereich HSOG, öffentliche Sicherheit und Ordnung, scheinbar nicht. Ich kann also dazu nicht sagen, für die, in der Nazi-Zeit, das waren ja richtige Bürokraten, da gibt es in der Tat sehr, sehr gute Zahlen und Zahlenmaterial kann jeder bei Wikipedia lesen, nachlesen. Es gab also am Anfang, als diese Schutzhaft eingeführt wurde, gab es schlagartig 25.000 Personen, die in Schutzhaft genommen worden sind und das ging dann erstaunlicherweise 1937, 1938 zurück auf bis zu 3.000 im Jahr. Also das ist statistisch gut erfasst, ja. Und später natürlich stieg das dann wieder rapide an. Das wurde ja dann auch massiv verschärft und also wirklich ausufernd angewandt. also die Quintessenz der Sachen, die ich bisher erlebt habe, ist meines Erachtens, dass die rechtsstaatlichen Anforderungen deutlich verschärft werden müssen, dass mit der Ingewahrsamnahme und der sich daran anschließenden Praxis der Gerichte muss dringend auch vom Gesetzgeber prüft werden. Ich befürchte leider, dass es bei den Parteien, die sich beispielsweise derzeit im Hessischen Landtag befinden, es daran am politischen Willen fehlt. Weil Ingewahrsamnahmen gab es also ja die ganze Zeit und natürlich mit Koch und der CDU ist das massiv verschärft worden. Und die arbeiten ja weiter daran, das also noch weiter ausufern zu lassen. Das muss man halt einfach mit großer Sorge einfach zur Kenntnis nehmen. Und da kann man eigentlich nur hoffen, dass es auch bald einen größeren Teil der Öffentlichkeit geben wird, die darauf aufmerksam wird. Zum Glück gibt es jetzt auch natürlich diese Fälle, wo man dann auch mal nachlesen kann, wie alles gelaufen ist. Und also gerade dieser Fall, wo das Oberlandesgericht schreibt, nichts, aber auch nichts hat die Inhaftierung von Frau LeConte gerechtfertigt. Oder der Fall von Herrn Bergstedt, der observiert wird und dass man ihn dann trotzdem für der Zeit, wo er ein hundertprozentiges Alibi hat, dann ihn gewahrsam nimmt und im Vorwurf den derzeit Strafkarten begangen zu haben. Also letztendlich muss es einem doch in die Augen springen. Und es müsste da eigentlich viel mehr Aufschrei geben. Was wir auch im Arbeitskreis Justizreformen schon bemängelt haben, es gibt eine gewisse unselige Verquickung zwischen lokaler Justiz und Polizeibehörden ganz besonders in Gießen. Da wird der Polizeibeamte darauf hingewiesen, dass alles rechtswidrig ist und da denkt sich der Polizeibeamte, der Dömer, der hat keine Ahnung. Dann kommen sie doch auf die Idee, eine Richterin einzuschalten. Was macht die? Verstößt auch mehrfach gegen das Gesetz. Sie kriegt es reingeschrieben und schreibt im Vermerk, dass sie alles rechtmäßig war. Dann kommt das Landgericht und sagt, so ein bisschen was war rechtswidrig, aber nicht so schlimm. Dann muss das Oberlandesgericht, wohlgemerkt, nachdem also eine Berufsrichterin und drei Berufsrichter über die Sache entschieden noch das Oberlandesgericht kommen mit weiteren drei Berufsrichterinnen und denen erklären, das war absolut rechtswidrig und das hättet ihr überhaupt nicht machen dürfen, weil sie überhaupt null Voraussetzungen vorgelegt haben. Das heißt, da war die Bereitschaft noch vorhanden zu sagen, das müssen wir kassieren, das war offensichtlich rechtswidrig, das können wir nicht dulden, aber warum nicht bitte schön die Herren Richter und Richterinnen beim Landgericht Gießen, das ist ein ernsthaftes Problem und letztendlich bin auch ich wirklich sprachlos und ich kann das kaum aushalten, ich laufe auch diesen Herren Richtern und Richterinnen ja auch ständig über den Weg und die sehe ich ja und die machen sowas und die haben auch gar kein Schuldbewusstsein und es ist auch völlig unklar, wie man die zum Nachdenken oder zur Einsicht bewegen kann, die machen das immer wieder, ob das jetzt 2007 ist oder 2010 oder egal, viele Fälle, die ich ja gar nicht kenne, ich habe ein kleines Büro in Gießen, viele Sachen laufen gar nicht über meinen Schreibtisch. Ja und jetzt kommt also der strafrechtliche Teil, ja bitte? Ja genau, das ist der letzte Punkt, was den ich zu bemängeln habe, bei mir ist es jetzt der Punkt 15 und dann könnte man die allgemeine Diskussion machen, das Problem ist, dass rechtswidrige in Gewahrsamnahmen tatsächlich hier keine Konsequenzen haben, jedenfalls nicht für die, die sowas veranstalten, weder für die Polizeibeamten, noch für die Richter oder sonst wen. Ja also ich würde sagen, das ist kein typisch hessisches Problem, aber in Hessen, also jetzt zumindest wo ich herkomme, da taucht das Problem verschärft auf. Steht das irgendwo oder? Bitte? Steht das irgendwo? Wo? Was? Was? Ja, ich zitiere, ich zitiere aus einem, einem, Schreiben der Staatsanwaltschaft Gießen vom 12.04.2010, was ich heute bekommen habe und was Frau Leconte selbst noch nicht kennt, aber ihren Fall betrifft. Ich bin entbunden von der Verschwiegenheitspflicht. Danke sehr. Die Anzeigenerstatterin wirft der beschuldigten Richterin am Amtsgericht Fullard war vor, am Abend des 15.07.2009 mündlich ihre Ingewahrsamnahme bis zum Morgen des 16.07.2009 6 Uhr angeordnet zu haben, ohne dass die Voraussetzungen für diese freiheitsentziehende Maßnahme vorgelegen hätten. In der Tat richtig. Hierdurch habe sie die Straftatbestände der Freiheitsberaubung und der Rechtsbeugung verwirklicht. Jetzt kommt's. Eine Rechtsbeugung liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings nur dann vor, wenn ein elementarer Verstoß gegen die Rechtspflege gegeben ist. Darüber haben wir im Arbeitskreis auch ja schon ausführlich gesprochen. Ein beugendes Recht setzt daher voraus, dass der Täter sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt. Es folgen eine Vielzahl von Zitaten höchstrichterliche Entscheidungen. Danach reichen selbst die Annahme einer bloßen Unvertretbarkeit oder die objektive Willkürlichkeit einer Entscheidung allein nicht aus, um den objektiven Tatbestand der Rechtsbeugung zu erfüllen. Obgleich die Freiheitsentziehung der Anzeigenerstatterin in der Zeit vom 15. 7. 2009 21 Uhr bis zum 16. 7. 2009 6 Uhr auf der Grundlage der Anordnung der Beschuldigten rechtswidrig war, Vergleiche hierzu auch stattgebenden Beschluss des Landgerichtes Gießen vom 17. 8. liegen doch gemessen an den Anforderungen, welche an die Verwirklichung des Rechtsbeugungstatbestandes des Paragrafen 339 StGB zu stellen sind, bereits in objektiver Hinsicht nicht ansatzweise Anhaltspunkt dafür vor, dass sich die Beschuldigte hier wegen schuldig gemacht hätte. Ich soll noch nicht fertig. Daneben kommt aber auch eine Strafbarkeit der Beschuldigten wegen Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB in Betracht. Immerhin wird es geprüft. Dem steht die dem Tatbestand des 339 StGB zum Schutz der Unabhängigkeit der Rechtspflege zukommende Sperrwirkung entgegen. Das heißt übersetzt kein Richter kann wegen Freiheitsberaubung zur Rechenschaft gezogen werden, weil Richter unabhängig sind. Das ist etwas zugespitzt. Hier steht und ich lese nicht Wilhelm Busch vor, dies bedeutet, dass eine Verurteilung wegen einer Tätigkeit bei der Entscheidung einer Rechtssache nach anderen Vorschriften nur dann möglich ist, wenn die Voraussetzungen des Paragrafen 339 StGB gegeben sind. Dies ist indes hier nicht der Fall, schreibt Frau Dr. Staatsanwältin in Gießen. Soweit seitens der Anzeigenerstatterin unter dem 12.08.2009 neben Richterin am Amtsgericht Fullard-Wahr auch die freiheitsentziehende Maßnahme umsetzenden Polizeibeamten EPHK Klingelhöfer PK Seibel PK Brettschner leider angezeigt waren, so wurde das Verfahren betreffend diese abgetrennt und wird fortan unter dem Aktenzeichen sowieso geführt. In diesem Verfahren wird daher auch eine gesonderte Abschlussentscheidung ergeben. Soweit vorliegendes Verfahren über dies gegen Unbekannt geführt wurde, ist es auch insofern einzustellen, da sich weder nach der Strafanzeige noch den durchgeführten Ermittlungen weitergehende Anhaltspunkte dahingehend ergeben haben, dass hier gegebenenfalls eine weitere Person als Beschuldigte in diesem Verfahren zu führen und gegebenenfalls zu verfolgen wäre. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Die Verlesung der Rechtsmittelbelehrung spare ich mir, da kann man innerhalb von zwei Wochen Beschwerde gegen einlegen. Also von der Praxis her sind alle Fragen zu den strafrechtlichen Folgen für die betroffenen Beamten oder Richter geklärt. So machen die das immer. Darum haben wir eigentlich mal irgendwann den Rechtsstaat eingeführt, habe ich mal gehört. Deswegen habe ich das vom Bildungstaat genannt. Vom Gefühl her, Herr Minister ist das betroffen. davon die Parallel auch zugeht dem Nazirichter. Es gab hier zwei Es ist keiner wegen Rechtsbeugung bestraft worden nach dem Krieg. Kein einziger Nur die DDR-Richter später. Das funktioniert aber doch nur einmal. Nach dem ersten Mal müssen Sie dann ja wissen, dass es nicht geht. Dann ist es ja nicht mehr Unwissenheit. Ja, aber es wird ja hier, also selbst wenn man weiß, dass man was falsch macht, wird man nicht wegen Rechtsbeugung bestraft, weil das ja nicht über die Maßen willkürlich und völlig abwegig ist. Also das heißt, ein Richter, der muss schon so bekloppt sein, dass er eigentlich in die Klapse gehört und muss das noch wissen. Und dann kann er wegen Rechtsbeugung bestraft werden.